Tag auf der Ausdruck! Vielen Dank. 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 Ja, liebe sehr schönes Publikum, ich schaue euch mal ganz kurz bei euch hin. Vielen Dank. Wir sind getreu nach dem Motto, wir trinken nicht, wir brauchen nicht, aber wir lügen wie gedruckt. Und nun für das Publikum, wir kommen wieder zur Regentschaft dieses Regimes. Und ich darf euch zuerst, hier seht ihr hier, hier seht ihr hier, hier seht ihr Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Yvonne. Und für das große Prinz, das ist das große Prinz und die Prinz, da seht ihr hier, hier ist ihr hier, da seht ihr hier, hier ist der Prinz. Und hier ist der Prinz... Und an ihrer hoch-olympischen Seite, seine absolute Torität, Prinz Uwe. Ja, das kann passieren, das kann passieren. Nun, liebe Freunde, eine Pflicht, die eigentlich jedes Prinzenpaar erfüllen muss, nämlich die Kursfreiheit zu eröffnen. Ich bin es jetzt Lippen an Lippen und ihr auch. Ich halte die Hand da drinnen, ja? Und ihr zählt alle ganzen Augen mit. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sechs und sechs. Gut, gut, das reicht. Das heißt, ein kleiner Applaus auf uns auf den dritten Markt. Nun, liebe Freunde, damit sind alle Ehen annulliert. Es werden nur noch die kanderalistischen Ehen akzeptiert, die hier in Maus zu schließen sind und Wirkung haben bis auf Mittwoch. Jetzt, liebe Freunde, warten wir uns alle runter, denn wir möchten, nun möchten wir erst einmal richtig Stimmung machen. Habt euch runter, denn jetzt wird richtig geschockt. Du kannst nicht vorlesen, nein, 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 das kannst du liebst, denn auch dein Mund, die in wahre Liebe verschwindet. Das ist ja prima, das ist, das ist, ja prima, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020